Hallo, Mario ist mit Fending, Sisu-Training.de, heute die 137 von 365. Jetzt halte ich mich wieder moralisch ein bisschen gefangen nach dem gestrigen, doch Denver in Sachen Ironman Hawaii und wir denken nicht mehr an Hawaii, sondern an das, was jetzt noch bald bevorsteht, nämlich die kommende Saison und deswegen gibt es ein konkretes Schwimmbeispiel, heute wieder mal. Und es sieht so aus, dass ihr 200 Meter einschwimmt, dann 8 mal 100 schwimmt und die 100 sehen wie folgt aus, 25 Meter Sculling mit gestrecktem Arm, also Scheibenwischer vorne, 25 Kraul ganze Lage, 25 abschlagen und 25 Kraul ganze Lage. Das sind 100, das Ganze 8 mal und nach 100 immer 30 Sekunden Pause, gefolgt von 6 mal 100, bestehend aus 25 wieder Wasserschleifen, die Finger schön über die Wasseroberfläche führen, dann 25 Achselkraulen, 25 Kopftippen und 25 ganz normal. Auch wieder Pause, 30 Sekunden, dann 400 Meter Pullboy Only, also nur über die Arme schwimmen und dann hinten drauf, 5 mal 200, Pause, 45 Sekunden, 175 Easy, 25 All Out, also richtig Vollgas, so hart es geht. Pause, wie gesagt, nach 245 Sekunden und dann 100 bis 300 Meter ganz locker ausschwimmen. Braucht ihr etwa eine Stunde und ist eigentlich so ein Programm, was jetzt für die Jahreszeit eigentlich angesagt ist. So wie dazu, morgen geht's weiter. Ciao!